Programm von Radio Taman International am Sonntag, dem 2. Oktober 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch, dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5.900 KHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache vom Radio Taman International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Das, liebe Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen. E-Mail-Adresse ist die 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 Dochun